Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Ja, ich muss mich erstmal wieder in dieses Spiel reinfinden, weil... Ja, ok, ich hab jetzt was gegessen. Weil ich hab ja länger nicht mehr das Spiel gespielt, aufgenommen und so weiter und so fort. Und ich merke, dass wir... Was machen wir eigentlich gerade im Moment? Hör mal, wollten wir die Wand auf... Nee. Was wollten wir machen? Ich glaub, wir wurden vor kurzem von den Hunden angegriffen. Deswegen haben wir so wenig Leben. Und unser Hirn müsste auch irgendwie... Also, unsere Sanity müsste auch wieder gesteigert werden. Ach stimmt, das war ja nur bei diesem einen Charakter, dass das durchs Feuer gestiegen wird. Hab ich schon komplett vergessen. Man kommt so schnell aus diesem Spiel raus, wenn man das nicht gespielt hat. Äh, was wollten wir denn eigentlich machen? Wir können ja was kochen. So viel, äh... So viel nehm ich mir mal. Äh, wir könnten einen Baum fällen, weil wir kein Holz haben, aber... So den richtigen Plan, was jetzt abgeht, hab ich nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, wird schon gehen. Ich meine... Okay. So viel dazu. Alter, warum kommt der in letzter Zeit so häufig? Das ist nicht gut. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, wie war das, wenn man vor dem was hinpflanzt... Ja, wenn man vor dem was hinpflanzt, wird er wieder ruhig. Genau. Das hab ich gelernt. Hätte ich mir vielleicht merken können beim letzten Mal. Äh, was kann ich denn bauen? Science Machine hab ich schon. Ich könnte ja zuerst mal schauen, was will ich denn als nächstes bauen. Ich könnte ja ein bisschen was mit der Magie machen. Das hatte ich ja nicht oft gemacht. Amplify the magic power of your top head. What's top head? Oder ich könnte meine Mauer auch weiterziehen. Wäre vielleicht auch. Nicht schlecht. Äh, so. Äh, stimmt. Rechtsklick. Oder? Hä? Warum will ich die nicht bauen? Ah, jetzt. So. 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 Jetzt haben wir hier so einen kleinen schmalen Eingang und sind außen rum geschützt. Wir können die auch erweitern, soviel ich weiß. Ja. Wir könnten die ja auch noch hin und wieder erweitern, damit wir einen besseren Schutz haben. Aber wir haben jetzt so eine kleine süße Festung und die wird uns schon helfen. Und ja, die Festung ist süß. Wenn ich sage, dass sie süß, dass sie süß. That was not food. Shit. Ich wusste nicht, dass er das Leben runter macht. Fuck. Und vielleicht sollte ich die Gelände anziehen, damit mein Hirn wieder steigt. Aber scheiße, ich wusste nicht, dass es... Hm. Man konnte Leben doch durch Blumen steigern. Soviel weiß ich noch. Habe ich hier irgendwo Blumen gehabt? Ganz viele Blumen. Blumen, Blumen. Werden die hier überhaupt angezeigt? Ich glaube, die werden auf der Karte gar nicht angezeigt. Das ist natürlich schön. Die Grabsteine eröffne ich nicht, weil ich weiß, wenn da ein Geist rauskommt, macht er einem gerne mal Schaden. Und das will ich zu verhindern wissen. Außerdem steigern die Blumen und Resenity. Das ist auch was. Ich glaube, unser erstes Ziel sollte jetzt sein, unser Leben wieder hochzusteigen. Aber ich wusste gar nicht, dass Monster Laseine das Leben so stark runter macht. Dann hätte ich lieber drei Bären und ein Fleisch nehmen sollen. Naja, man lernt immer wieder was Neues. Das ist echt doof. Das hätte ich nicht erwartet. Das war jetzt voll die Verschwendung eigentlich. Ja okay, es hat meinen Hunger komplett aufgefüllt, aber so viel Hunger hat mir nun auch wieder nicht. Ich hatte eigentlich mehr aufs Leben gehofft, dass es aufgefüllt wird, aber nö. Es wurde sogar gesunken. Genau, es wurde sogar gesenkt. Ich dachte eigentlich, dieses undefinierbare Etwas, was rauskommt, wenn man irgendwas zusammenschmeißt, was keine Kombination besitzt, sei die einzige Kombi, die irgendwas Negatives hat. Aber anscheinend ist Monster Laseine ja auch negativ. Waren wir hier schon mal? Ja. Warum haben wir es nicht so erkundet? Achso, stimmt ja, aber das war ja dieses Biom mit den Evil Flowers und was weiß ich. Obwohl, das Biom ist vorbei. Soviel zu diesem großartigen Biom, was total gefährlich ist. Aber hier sind überall Spinnen auch. Spinnen sind nervig. Soviel kann ich sagen. Also im echten Leben mag ich die, aber in Don't Starve sind die eher weniger angenehm. Vor allem, wenn die in Form von Fledermäusen aufkreuzen. Wir erinnern uns zurück an die dunkle Zeit, wo wir uns neben einer Minenschacht ein Lager gebaut haben. Was vielleicht nicht ganz so schlauer. Aber Don't Starve ist halt Try and Error. Es macht Spaß zu verrecken. That's my space. I'm safe. That's my space. I'm safe. Props an die Leute, die erkannt haben, woher das Zitat kommt. Und ich könnte mal die Blumen essen. Hier gibt es so einen Haufenweise Bären, die ich wieder pflücken könnte. Und auch das Gras könnte ich mal wieder pflücken. So viel Gras habe ich gar nicht. Merke ich gerade. Tja. Wird wohl nichts aus dem Drogenfachgeschäft, wenn ich nicht genug Gras habe. Aber hey, wenigstens ist meine Sanity jetzt so weit oben, dass ich wieder halbwegs alles normal sehe. Das ist echt schwer, das zu kontrollieren. Also da haben die Entwickler sich was Fieses ausgedacht. Das ist cool von der Idee her, aber es ist echt fies gemacht. Das muss man sagen. Weil das sinkt bei so gut wie allem. Und sowas ist halt doof. Ich meine, wenn wir Schaden kriegen, sinkt es. Wenn wir in der Nacht sind, sinkt es. Wenn es, ähm... Hey, du kleiner... Nein! So. Habe ich eine Waffe dabei? Nö, aber nachts. Geht eigentlich der Trick noch, dass man die in so eine Ecke da oben reinkriegt? Genau in... Ah, nee. Die meiden jetzt, glaube ich, diese Ecken. Ich glaube, das wurde gefixt. Früher konnte man die halt so jagen, dass die in diese Ecke geflohen sind. Und, äh, ja. Na, vielleicht hier? Ja! Es funktioniert noch! Und das eine... Der eine Schenkel ist einfach mal ertrunken. Warum auch nicht. Ich finde es so immer schön, wie wenn man einmal draufschlägt, direkt diese Kampfmusik beginnt. Obwohl, äh, der Kampf eigentlich nicht mal lang geht und kein richtiger Kampf ist. Aber der hat mir jetzt zwei Bären geklaut, dieses blöde Tutan. Na, dafür haben wir jetzt sein Bein. Und das andere ist... Keine Ahnung. Es schwimmt gerade mit Nemo. Und sucht seinen Vater. Nee. Der Vater suchte Nemo. Stimmt. Es ist lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Lasst mich. Oder auch bei Captain Nemo. 20.000 Meilen unter dem Meer und so. Ich mag Bären Oh, zick Auch gut Ähm Ich esse mal Äh, ist das schlecht für die Gesundheit? Ne, das ist sogar gut für die Gesundheit Hä? Hat mir gerade Hat mir gerade verdorbenes Essen Gesundheit wiedergegeben? Also ich dachte beim Roboter macht das überhaupt keine Wirkung Aber wenn es Gesundheit wiedergibt Wäre ja cool Ich glaube wir wollten uns ein Regenschirm oder sowas machen Weil der ja Schaden bekommt durch den Regen Einbauen ist Das können wir mal Obwohl ich lege eigentlich ungern Zeug weg, was verderben kann Weil dann sehe ich nicht, ob es noch Halbwegs okay ist So Ein kleines Feuer Und wir braten jetzt unsere Bären Aber nicht komplett Weil dadurch lässt sich halt die Haltbarkeit besser halten Habe ich glaube ich schon mal erwähnt Wir könnten uns einen Kühlschrank bauen Das wäre auch eine Idee Und die Karotten sollten wir vielleicht auch braten Äh, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank War unter Food Kühlschrank, Kühlschrank, Eisbox Gold Gears Gears kriegt man glaube ich Wenn man diese Grabsteine da aufkriegt Aber dafür brauchen wir erstmal Leben Solange wir kein Leben haben, können wir das leider nicht machen Wir hätten aber ein paar Steine aus denen wir wieder eine Structure, also so eine Stonewall bauen können Äh, besser gesagt Wir brauchen zuerst diese Steinsegmente Ja okay Und davon haben wir nicht genug Äh ne, es wird bald Nacht Es lohnt sich nicht da hochzugehen Und da ist eine Spinni Was macht da eine Spinni? Was da irgendwo denn in den Spinnen ist? Kann ich gar nicht sagen Das steigert auch das Leben Oder? Ja Das steigert auch Leben Ich glaube gekochtes Essen steigert genauso Leben Ja Okay Dann können wir uns so langsam voll heilen Ich schätze mal Tag 11 wird Oh nein Vollmond Sollten jetzt nicht eigentlich Bärschweine kommen Oder hat das irgendeine besondere Voraussetzung bis die kommen Ich sollte vielleicht das Feuer nachfüllen Und ich muss dem nächsten Tag Äh, halt Bäume nachpflanzen Äh, besser gesagt Bäume fällen Und nachpflanzen Wenn man die Bäume niederbrennt Zählt es eigentlich als hätte man die gefällt Weiß ich gar nicht Ich glaub nicht, oder? Mir fällt grad auf Wie unscharf eigentlich manche Texturen sind Während wiederum die eine Schärfe ist Weil hier haben sie einfach eine Textur zweimal verwendet Und einfach hochskaliert Äh, Open Chester Was hast du eigentlich drin? Strawhead Äh, Charcoal Kacke Okay, super Und wir fällen die Bäume am besten nicht da unten Dann wird der wieder aufstehen Zumindest war das früher so Und dann könnten wir den auch nicht mehr besänftigen Indem wir was nachpflanzen Weil wir ihn so gesehen direkt angegriffen haben Dass wir ihn besänftigen ging auch nur weil ich den noch nicht angegriffen hatte Ich hatte ja damals mit diesem Mädel probiert Den zu besänftigen Äh, den halt zu töten Statt zu besänftigen Und Ja, das war halt eher weniger erfolgreich Wenn ihr euch erinnert Und ich brauch nen Stock Sehr schlau von mir Während ich das baue Einfach loszulaufen Damit er es nicht baut Gut gemacht Ganz super gemacht Mein Hirn zeigt sich wieder von der besten Seite Ach Mist Diese Dinger wachsen ja auch Stimmt ja Die wachsen ja mit der Zeit Und wenn da drei sind Kommt dann so ne Spinnenkönigin raus Aber ich hab nicht genug Leben Mich mit sowas anzulegen Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ihr lasst uns mal schön in Ruhe Spinni Weg da Wer von denen war der Baumriese? Ich glaub der hier, oder? Ah, da läuft er Ist er wütend auf uns? Nee Der ist ganz zahm Aber wir sollten nicht in seiner Nähe einen Baum fällen Das wäre eher weniger gut Es kann auch mehrere gleichzeitig geben Das weiß ich auch Das hatte ich auch mal Doofe Situation Aber ich glaub durch dieses Schweindorf Haben wir einen riesigen Vorteil Was das Überleben angeht Einfach nur weil dort die ganzen Bären Beschiss sind Wo ist denn eigentlich der Baumriese? Setzte sich hin Wenn ich vor ihm einen Baum pflanze Auch wenn er nicht böse ist Plant Komm mal Plant 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 So Du hast jetzt deinen eigenen Baumzirkel Da könnt ihr jetzt heute schön Bücher besprechen Und was Bäume sonst noch tun Obwohl, wenn Bäume Bücher lesen würden Wäre es ein bisschen makaber Findet ihr nicht auch? Wo ich meine Äh, Baum und so Holz, Bücher, Papier Ich sollte mir außerdem mal eine Schaufel machen Dafür bräuchte ich Stöcke Habe ich hier irgendwo Stöcke Oder habe ich echt keine Stöcke mehr? Ne, ich hab hier noch Stöcke zum Glück I dig up all sort of things So Weil mit denen können wir auch Die Baumstämme hier rauskramen Und kriegen sogar ein Holz wieder Und dagegen sollte der Baumriese ja nix haben Wenn ich seine toten Leichen aus dem Boden hebe Aber das war's auch wieder mit dem Part hier Wiedersehen Leute Euer Shandoron Schöne Gäste Schöne